Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. So. Bald haben wir's. Bald bin ich ein glücklicher Mensch. Endlich. So, die zweite Mühle noch. Und dann läuft die Nahrung endlich mal. Sie läuft davon, weil sie schon so angammelt. Wenn ich jetzt... Ja, die Ratte ist genug mit dem Kalifen beschäftigt. Also, wenn ich jetzt die Ratte sage, der Ratte sage, der soll hier die Sultanine angreifen, dann hat er so seine Probleme, überhaupt hier zu überleben. Von daher würde ich lieber sagen, wir machen jetzt erstmal die Sultanine platt. Dann gehe ich auf den Kalifen. Obwohl, nee, wir können dann alle gleichzeitig auf den Kalifen gehen, der hat's nötig. Dann machen wir den Sklavenkönig. Zusammen mit der hellblauen Ratte. Und dann, dann... Geht alles gemeinsam auf den Kalifen. Auf die olle Pottsau. Hm. Bald werde ich das Kommandum... ...eine andere Burka. Ah, das ist der hellblauer. Wenn er überhaupt hier richtig ankommt. Weil seine Angriffsarmee wird er, glaube ich, gerade empfangen. Hm. Sehr schön, es kommt Brot rein. Oh. Ah, ich dachte... Doch, Katapult. Doch, Katapult. Jetzt könnte es interessant werden. Jetzt kommt der Kalif zu uns. Und die Sultanine greift auch an. Blödel. Das Time. Okay. Was machen wir dann für Truppen? Was? Mann. Und schießt das Katapult. Ja, es schießt. Yay. Rattenpower. Aktivieren. Macht sogar das Ding kaput. Goll. Och, hier ist sogar offen. Na komm, dann kommen wir. Schwertkämpfer? Ja, Schwertkämpfer sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis halt einfach gut. Und die Sultanine setzt auch kein Feuer ein. Der Sklavenkönig hat eigentlich auch keine Feuerverteidigung, oder? Ist mir auch schon aufgefallen. Na komm, dann machen wir Schwertkämpfer. Schwertkämpfer vorwärts. Und das ist da. Ein bisschen mehr Rüstungsproduktion, das brauchen wir jetzt. Im wahrsten Sinne des Wortes ist die Rüstungsindustrie. So. Dann. Schwerte. Gebt mir Schwerte. Warte, der macht schon echt Chaos hier. Der Werteherr. Hm. Ja, 40 Gold. Ist immer noch besser als mit den Templern. Gut, mit den Templern hätten wir auch bestimmt was richtig Gutes. Aber ich glaube, ich kann da lieber mit ein bisschen größerer Masse an Schwertkämpfern. Ja, wir brauchen halt Eisen. Blöd. Blöd. Mehr später, bitte. Ins Gesicht, hoffe ich. Ja, die Sultanine ist wieder äußerst offen. Ich frage mich sowieso, was dieses Gebilde soll. Der Turm da innen drin. Vor allem, dass dieser Bereich so abgegrenzt ist. Ist da irgendwas Geheimnis, das bestimmt mit einem Sieg wird versteckt oder so? Hallöchen. Der Sack kommt echt von der Flanke hin und wieder. Ich frage mich gerade echt, ob die Ratte das überhaupt schafft, hier zu überleben. Ja, da greift weiterhin die Ratte an. Ich werde nicht schadenfroß sein, aber es macht mich auf jeden Fall glücklich, als wenn ich angegriffen werde. So, dann könnte ich mich langsam mal wieder um Bier kümmern. Das können wir eigentlich echt mal ein paar Apfelfarmen einsparen. Kriegen wir genug Brot rein. Wir machen dafür Hopfenfarmen. Eins, zwei, drei, vier. Ja, die kommen doch gleich noch. Ruhe. Erst kommen die Dorfbewohner, dann kommen die Kinder. So ist die Reihenfolge. So ist das vonnöten. Ja, die Truppen werden langsam größer und da kommen wir mit Bogenschützen, endlich. Okay, das könnte gefährlich werden. Landsknechte. Die Truppen der Ratte noch ziemlich gut. Werft mal auf den hier. Okay. Okay, dann werft eben einfach gar nicht. Alles klar. Hey, wir können schon einiges an Schmerzkämpfern machen. Ui, wir haben schon viele Rüstungen. Wir könnten jetzt auch mal Streitkolbenschützen machen. Mhm, ihr wisst Bescheid. Hey, der Begriff hat sich echt fest genagelt. Eine Nachricht der Saison der Leer. Kuckuckuckuckuckuckuckuckuck. Schieß die weg. Nein. Ist doch alles doof. Ja, wisst ihr was, wir bauen einen Brunnen. Einen großen Wassertopf. Ich glaube, wenn die Sklavenkönigin nebendran ist, ist das gar nicht mehr so unklug. Wir können sogar noch alle da hoch. Das ist super. So, jetzt hätte ich gerne noch neues Eisen. Eisen. Von Apple. Oh, Mann. Das wurde schnell gelöscht. Haben wir auch 100 Holz. So ein kleiner Brunnen würde wahrscheinlich auch reichen, denke ich mal. Holen wir mal die ersten Schwertkämpfer. Meine Güte, ey. Warum habe ich gerade nur 15 FPS? Was geht hier ab? What the hell is going on here? Ich habe gerade echt sau wenig FPS. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist der Sklavenkönig der Eckmann-PC. Was zum Teufel? Da war gerade jemand oben, oder? Ja, da waren Sklaven oben. Oh, Mann. Warum haben wir gerade so wenig Leute? Wir könnten mal echt auch mit dem Bier anfangen. 23 FPS. Ist auch nicht unbedingt besser. Wir können sagen, oh, ich glaube, ich müsste mal wieder die Spielgeschwindigkeit runterstellen. Aber die ist ja schon ganz unten. Eine Nachricht der Ratte. Nun, dank eurer Handlungen habt ihr unsere Familie erloid verdammt. Herzlichen Dank. Ich habe nur verstanden, ich habe einen Penis im Gesicht. Danach hat es aufgehört. Unser Vater sprach über euch, Bauer. Er war nie sehr schmeichelhaft. Hm. Aber auch eine schlechte Ehefrau. Hm. Schenkel. Schenke. Schenke setzt Trunkenheit ein. Es ist sehr effektiv. So, jetzt ein paar Anbussschützen und wir sind glücklich. Boah. Boah. Was geht denn hier? Man kann es auch ein bisschen gut meinen. Du, Sackesicht, du. Haltet eure Sperre gerade, Männer. Eine Nachricht der Ratte. Wir brauchen die folgenden Waren. Bitte sendet sie uns sofort. How about now? Euer Zeichenseyer. Ha, zum Glück können wir die Anbussschützen oben. Schau, Bauer. Bald werde ich das Kommando über eine andere Burg haben. Was denn? Wo denn? Wie denn? Sieht mir eher andersrum aus. Obwohl. Oh, macht einen Ausfall. Aber nein, er kreift wieder an. Und von oben. Na gut, das muss man sagen. Die KI hat jetzt ganz viele verschiedene Angriffswege. Ja, die Anbussschützen machen ihren Job. Wunderbar. Hier wird auch ordentlich geschossen. Ich glaube, ich werde auch so einen Oberfeldwebel mitschicken mit den Schwertkämpfern. Irgendwie Probleme mit den Näher. Es liegt wirklich an der Bevölkerung. Wie schaut das aus mit Bier? So. So, super. Können wir auch mal den Stein noch ein bisschen höher gehen. War nicht zu hoch. Yay, wir sind der Größte, habt ihr das gehört? Und das, obwohl wir noch gar keinen getötet haben. Halleluja, es ist nämlich nur der Größte, wenn wir noch übrig sind als Letzter. Bumm, tschüss Treppe. Wir werden alle gegriffen. Jetzt ist Kevin tot, der hat auf der Treppe gesessen. Auf der stillen. Ihr habt Kevin umgebracht, ihr Schwein. Den habe ich doch immer so gern die stille Treppe runtergeworfen. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Hm. Was sagt ihr, Marlott? Hi. Wo kommt ihr denn her? Wo sagt es sich du? Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne. Das könnt ihr mal schön vergessen. Das reicht. Machen wir etwa hier einen Turm hin. Sogar einen ganz großen. Das hat mir jetzt gezeigt, dass du es verdienst. Dass da ein Türmchen vorbeischaut. So, da kommen jetzt die Truppen drauf. Und dann wird auch noch gut sein. Okay. Och, lieber Gott. Warum? Was habe ich dir denn getan? Ah. Die Ratte kommt. Dö, 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 dö. Wir bräuchten jetzt mal ein Oberfeld. Oder auch gerne mehrere. Stein haben wir wieder zum Verkaufen da? Jopp. Wie ist die jetzt eigentlich sogar sehr gut aus, oder? Können wir so gleich mal hochgehen. Gut, das ist jetzt ein bisschen mehr, aber eine Zeit lang können wir das auf jeden Fall machen. Können wir Zeiten vielleicht doch mal sogar auf den Großturm umstellen. Das sieht man echt, was Armbusschützen für den Unterschied machen. Auf einmal geht es viel, viel leichter mit den arabischen Schwertkämpfern. Ah, wollte ich schon sagen, der kommt schon wieder, aber das ist jetzt die Ratte. Die Ratte greift jetzt hier an. Okay, ist auch interessant. Wie schaut es hier oben aus? Gut. 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 Eine Nachricht der Ratte. Das geht. Okay, ich würde jetzt dann bald gerne mal ordentlich Hallo sagen. Sechs. Und das dürfte reichen, denke ich mal. Jetzt gucken wir mal vorbei bei der werten Dame. Das Recht ist an unserer Seite. Werdet ihr uns brauchen für Ruhm und Ehre? Die FPS sind gerade echt total instabil. Die FPS sind gerade total ist Istanbul. Das Ding könnte nerven. Wachen, entfernt es. Ich muss pekinieren und nehmen die Mangel mit. Was? Was zum Läufen? Schon ein paar Jäger. Die schießen das weg. Waffen werden benötigt, Sire. Was sind eure Befehle, Sire? Und ihr... Eine Nachricht vom Kalifen. Seht gut aus. Jetzt kommt er zu mir. Das kannst du mal schön knicken, Freundchen. Was wird so gut gefrühstückt, Junge? Hey, zusammen mit der Ratte. Das ist eigentlich ein super Zeitpunkt. Die hat noch so viele Truppen hier. Die Ratte würde hier nie durchkommen. Vor allem so viele Schwertkämpfer. Und dann noch Bogenschützen überall. Aber hier, machen wir die Mangel weg. Nutzen wir die Ablenkung gerade, die wir haben. Wollt ihr nicht hier irgendwie mal Speer werfen oder so? So. Hier geht es vor und schießt noch ein bisschen. Und dann sagen wir Hallo. Sultanine, das Spezial des Hauses. Glaub mir. Nicht nur Liebe geht durch den Magen. Das Schwert tut es auch. Wow. Na gut, mit dem brauche ich eigentlich nicht abzuhauen. Aber die haben alle so wenig Lebenspunkte. Komm. Ich lasse mal die Bauern da hinten. Du bist Bauer. Na komm, mach mal die Bogenschützen weg. Die nerven ihn an genug. Das ist ein Gemetzel. Wie es die Rufruten sagen würden. So. Jetzt wird er oben aufgeräumt. Und dann ist alles gut. Dann haben wir da unsere Ruhe. Dann machen wir den Sklavenkönig. Und dann machen wir alle gemeinsam eine Kalifrunde. Oh shit, ey. Nein. Geh mit der Patsche weg. Dann machen wir nicht mit der Patsche. Nein. Irgendwas stimmt gerade nicht. Ich weiß keine. Oh, kein Eisen mehr. Alter, Falte. Armbuss schützen. Ganz viele. Mein Lot ist da oben. Ah gut, das schafft er. Wir haben ja nicht gespeichert. Oh, wie viel. Kriegt der den noch? Kriegt der noch? Kommt. Schießt. Piu. Ja. Aha. Zwischen die Augen. Gestohlt. Oh, ich würde schon sagen, was zum Teufel? Voller Schrocken. Wir haben unsere Befehle. Okay. Okay, 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 okay. Und, Ratte, was sagst du zu meinem Triumph? Dieses Mal hatte wir Glück. Aber seid vorsichtig, Bauer. Lass nicht kämpfen. Wir sind bereit. Raub auf die Bälle! Hm. Ich hatte mit irgendwas Tollem gerechnet. Wie geht's denn jetzt mit dem Bier überhaupt? Hm, jetzt geht's wieder runter. Jetzt können wir eigentlich mal wieder eine Stufe runterschalten. Kerzen lassen wir jetzt mal aus. Ah. Ansonsten dann Produktion. Ja, ein paar Bögen wären trotzdem nicht schlecht. Eventuell denke ich ja tatsächlich mal drüber nach, Jäger zu machen, bitte. Bisschen was an Schwertern. Nochmal Rüstungen. Und jetzt will ich einen Markt haben. Markt, 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 dass ich nicht ständig das Eisen vergesse. Nein! Das war eine Schenke. Markt. Da ist er. Wollte schon sagen, komischerweise sieht der Markt genauso aus wie eine Schenke. Hätte schon fast gesagt. Kaufen. Autokauf. Zehn Stück. Autoverkauf Stein. Alles über 200. Autoverkauf Holz. Alles über 300. Autoverkauf Sparta. Alles über 300. Hm. Die A20 als Reserve passen. Getreide. Alles über 50. Als Reserve. Eine Nachricht der Ratte. Wir brauchen die folgenden Wagen. Bitte sendet sie uns sofort. Jetzt können wir vielleicht mal wirklich was senden. Was wollt ihr denn haben? Lanzen. Na, kommt. Was soll's? Machen wir's mal. Sind wir mal nett. Bitteschön. Schaut, Bauer. Bald werde ich das Kommando über eine andere Burg haben. Das wäre ein lustiger Dankspruch. Aber nee, nee, nee. Da kommt jetzt noch. Oder? Dankt einfach gar nicht. Ach, mehr gibt's gar nicht. Alles klar. Warum ist bei dir eigentlich Nacht, Ratte? Warum scheint bitte hinten der Vollmond? Du bist nicht unbedingt auf der anderen Seite der Welt. So weit ist das nicht weg. Äh, Söldnerposten. Hm. Da können wir die gleiche Taktik machen. Obwohl der diese Derwische hat. Das kann richtig gemein enden. Da würde ich lieber mit mehr Fernkämpfern kommen. Am besten Amberschützen und so. Amberschützenjäger. Waffen werden benötigt, Sire. Eure Befehle, Sire. Dieses Gebäude funktioniert. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte Heiler bauen. Stimmt, ich wollte auch hier Heil-Heile-Sonschein machen. Bitte kommt da hin. Und bitte bleibt nicht zwischendrin stehen, um zu beten oder irgendwas anderes zu machen. Das sind drei Katapulte. Ui, 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 ui. Langsam. Langsam wird er Agro. Da währt der Herr. Am Kalifen macht sich nicht viel. 20, 20, 20. 3. $5. 7. 6. 7. 7. 7. 9. 10. 10.